Es gibt immer dieses heikle Thema unter den Muslimen in Bezug auf Erdogan. Ist Erdogan ein Muslim? Das ist eine Frage, subhanallah. Er betet oder nicht? Er fastet oder nicht? Er liest Koran oder nicht? Ja, aber er herrscht mit anderen Gesetzen außer Allah. Okay. Das Herrschen mit anderen Gesetzen außer Allah ist laut allen Gelehrten großer Kuffer, wenn derjenige, der so etwas tut, dieses menschengemachte Gesetz besser sieht als Koran und Sunnah. Oder er sieht dieses menschengemachte Gesetz genauso wie Koran und Sunnah. Oder er sagt, es ist erlaubt, mit einem menschengemachten Gesetz zu regieren. Wenn jemand sowas sagt, dann ist er laut allen Gelehrten ein Kuffer. Wenn er dies jedoch nicht sagt, dann ist er laut den meisten Gelehrten kein Kuffer, sondern ein Muslim. Wenn er betet und fastet und sagt, ich bin ein Muslim. Aber ich mache das, weil es ist eine Sünde. Möge Allah mich recht halten. Genauso wie derjenige, der Alkohol trinkt, Muslim ist, Sinna macht und Muslim ist und so weiter.